Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Es kam ja jetzt eine Zeit lang nichts mehr. Ich habe einen Grund, ich war auf Klassenfahrt und hatte Schule, aber jetzt habe ich Ferien. Darüber bin ich sehr happy, weil ich freue mich jetzt sechs Wochen schön für euch Videos zu machen. Ja, dann sehen wir mal, was noch so schönes passiert. Ich lasse, ich werde jetzt hier die Bäume abbauen, damit wir endlich bald das Haus bauen können. Hier freue ich mich. Wuhuuu, Haus bauen, yeah! Gibt ja nichts besseres im Leben. Doch, Niklas, im Fall. Ahahaha! Ist ja so witzig. Ja. Und mit der Musik, die letzte Folge war ja sehr laggy alles. Mir wurde Lui live, der Nilska13 hat es mir gesagt, ein Tipp, wie ich trotzdem so eine Musik machen kann. Oh, das ist laggy. Das werde ich irgendwann mal ausprobieren. Jetzt nicht. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich funktioniert. Oh mein Gott. Sie haben mich erschreckt. Sie sind hinter mir her. Lauf doch mal euer Leben! Hallo Hintun. Was schon eingelegt? Du bin Memme! Oh, is» ... max recuper ! Schau, das war schon drin! Was geht? W смотреть... Aha! Okay, da müssen wir reinlaufen. Was hätte ich für dich? Wer dich nicht immer verratet? So... Zwei brauche ich nur. Tschüss. Wo ist das andere? Renn ruhig weg, aber in Korn bist du mir sowieso nicht hinterm richtig gesehen. Und ich war gerade schon wieder so still. Scheiße! Scheiße! Dafür stirbst du! Ey, du kannst da was noch nicht essen, ne? Das ist dir schon klar, oder? Und ich glaube, gleich muss ich eine Unterbreche machen. Scheiße! Scheiße! Oh, warum ist das so voll auf? Irgendwo ist das gerade mit meiner Maus los. So. Okay. Okay. Ach, komm schon, bitte! Kann ich das... kann ich nicht was machen? Oder? Okay. Es ist jetzt nur wegen Toggle Don't Fall. So. Das habe ich nicht gemacht! Oh mein Gott, lass dich! Schon eingetippt auf Wechselbaum. Ich weiß nicht, dass hier ein Baum war. Ich habe alles vergessen. Licht halten! Ich bin noch zu jung dafür! Oh! Oh! Ausgetext! Ich werde gleich noch ein bisschen rumgraben. Vielleicht finde ich was. Und weil ich keine Lust habe, jetzt hier zu graben und alles kaputt zu machen, mache ich mal was folgendes. Das sollt ihr nicht machen. Ich will nur gucken, ob ich hier eine Höhle habe. Wenn nein, ist es mir scheißegal. Wenn ja, dann bin ich happy. Da habe ich irgendwo eine Höhle. Da unten noch... Da ist Cola... Cola... Ja... Es ist x-ray! Es ist 5-ray! Es ist 5-ray! Ja, schon für euch! Ähm... War ich hier eine in der Nähe? Nein, hier ist das Meer. Da unten haben wir Bedrock, Lava... Aber wir haben da... Monster-Spawner! Ich baue mich da mal hin. Warte, ich habe die da schon. Hehehehehe... Ich bin so dumm. Ich glaube es nicht. Ein Diamant! Ah, das muss ich vertreten. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Mal weiterzukommen. Wer kann jetzt nicht? Ich bin so dumm. Ich komme nicht weiter. Nein, warte, warte. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, ich komme ein bisschen mit X raus. Ich wollte nicht hinten. Warum bin ich traurig? Ich will doch nur... Was schaffen. Okay. Ähm... Hätte heute noch keinem. Jetzt drücken wir irgendwas. Ähm... Ich denke... Hä, wie kannst du damit umgehen? Das kannst du fahren mit Übung. Ah, man muss auffassen. Ich mache keinen Block Cousin. Hört mal weg. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. 一直 weg. Ich bin hierhin gekonzentriertert. Also bitte entschuldet mich. Weil ich möchte nicht, dass wenn hier Wasser reinkaufen ist, alles hasse ab Netflix. Hinten aber ist eh viel Eisen. ...und hier Euro schwinge sich... aber zum Eisengicht dann auch gleich. Boah, guck euch mal der hinten dieses Komplex an. Redstone of the Slavsy, Eisen of the Slavsy, okay, ich bin ja nicht so mal, wie es aussieht, dahinten sieht es aus, da hinten, wo es weg geht, wenn ihr dahin guckt, wenn ich gehe, dann seht ihr es, da könnte was sein, und die Zeit sagt mir, es ist doch schon bald vorbei, zwei Minuten noch, oh mein Gott, schaffen wir es, die Sachen zu plündern, den Hals hochzukommen? Wir werden es wirklich erfahren, oh, ich bin durch, oh, und es hat sich gelohnt, halberweite, halberweite, halberweite und verfahrten Eisen, ja, es hat sich gelohnt, hier werden wir noch öfters hingehen, weil es viel zu einer Hülle und alles, dann nehmen wir einen Weisen, oh, wir haben ihn auch passend, ich habe ihn ja, oh mein Gott, ich beende dann diese Aufnahme mit diesem Texture Pack, ich möchte, dass ich extra weg war, es kostet Zeit, und hierhin werdet ihr mich dann mit einem anderen, jetzt seid ihr geliebt, willst du mich verarschen? Ja, richtig, 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 was haben wir eigentlich, Halbbarkeit 3, Halbbarkeit 3, okay. So, haben wir noch Holz, nein. Zack, zack. Ja, machen wir uns noch schnell in der Spitzhacke. Puh, ich hätte schon fast sowas gemacht, super. Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge die Diamanten holen, mit der Spitzhacke, dann haben wir schon mal weiter geschafft. Ich werde noch eben schnell die Bäume fällen und dann sagen wir auch gleich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich nehme wieder ein Voraus auf und hoffe, euch gefallen die Folgen. Ihr schaut weiter vielleicht rein, vielleicht auch nicht, vielleicht findet ihr mir scheiße, sagt, ich gucke ich nicht mehr. Aber mich würde ein Like freuen, auch wenn ihr mich abonnieren würdet, freut mich sehr. Und sagen wir mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.